Ja, wir sind wir broke und deshalb holt es mal wieder Zeit für eine Rettertüte. Und ich muss sagen, für 3 Euro war da schon ordentlich was drin. Seit der Ewigkeit habe ich diese Kicheräbsen-Risoni im Schrank. Und während der Brokkoli noch am Köcheln war, kam Frischkäse rauf. Und sobald der Brokkoli gar war, wurde dieser auch da drauf verteilt. Dann habe ich das Ganze erstmal mit Wasser vermischt. Und zum Schluss kam Sauce Hollandaise. Mit Kräutersalz und etwas Knofi kam das Ganze dann in den Ofen. Circa 10 Minuten kam noch Käse rauf. Und dann ging das Ganze nochmal 10 Minuten in den Ofen. Ja, und ich sage euch, das schmeckte so mega lecker.